hallo und herzlich willkommen bei rettokämpel ich bin heute mal wieder auf den jahr nach dem ticket und heutige spiel match dragons viel spaß ok da bin ich wieder ich muss erst mal zauter machen ach ja höre ich was jawohl let's go mein spielstand ist hoch ist das da spielen spielstand herausgesucht und gefunden hallo 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 da sind kranke waren schon wieder die ganze zeit heute meine jüte was ist nur da los ja 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 Opsa, ich wollte den doch dann mitnehmen. Hey, ich bin doch gar nicht fertig. Münzenlager voll. Mist, ich fahre irgendwie zu langsam oder ich fahre zu schnell? Ach je. Was ist das? Oh, hier kann man Geld loswerden. Ich fahre. Ich fahre. Einsame. Ich fahre. Ich fahre. Ja. Schön. Oh, bisschen zu nah. Wollmühle, Gewächter, da oben habe ich auch so einen Baum, ach, das war eine andere Größe, Silbermünze, Silbermünzen, das ist eine andere Pflanze, das ist ein anderes Ei, auch hier hat er Münzen, Münzen, warte mal, da hin und zack und zack. Ja, ach, die Steine. Die sind hier alle in Arbeit, meine Drachen, ich weiß gar nicht. Oh, das ist gut. Das haben wir da oben. So, auf die Schnelle sehe ich nichts, da den können wir gebrauchen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, da ist jetzt was anderes. Oh, shit. Oh, schön. Glaub ich. Da war noch mehr Nachrichten, ja. Kleine Mütze. Kleine Mütze. machines. Da ist noch eine. annehmen kaputtes Ei annehmen ah jub da war auch was jetzt Jetzt, äh, jetzt, äh, nächste Nachricht annehmen, noch so eine Disco. So, ihr müsst auch gleich schlafen gehen, ihr Drachen. Und die letzte Nachricht, ein Herz wieder, schön. Achtmal? Ach so, der hier ist achtmal. Da. Ah, hier oben. Äh, ich finde es auf der Stelle gerade nichts. Was kann ich denn für Geld kaufen? Ah ja, ich brauche das Gelbe Ei oder das Disco Ei, sag ich jetzt mal. Gibt es gar nichts von den beiden. Es gibt es nur Rot, Grün, also Lava, Purpur, Gras, Grün oder Felsen. Lava habe ich, Purpur, Grün und davon zwei Leisten. Also, es sieht ja schon mal gut. So, die Münzen habe ich jetzt alle weg. Mal. Egli. Uh, da... Ja, das war's. Oh, da unten ist wieder was frei. Will ich schon schlafen? Ach Mensch! Tori, was machst du da? Ja, dann habe ich hier wieder ein größeres Haus. Ja, da war es das erst mal. Ich nehme mal hier die ganzen Herzen. Müssen wir Platz schaffen. Nix frei geworden. Okay. Okay. Yippie! Warte mal, das müsste passen. Zack! Ne Kombo. Oh, da ist ja noch was. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Mhh. Hm. Hm. Was gibt es denn noch hier? Das habe ich gerade gebaut, da komme ich nicht weiter, da ist auch nichts, ah ja, ah ja, ah ja, ah ja, wo sehe ich meine Drachen nochmal? Da, drei Stück, ne, ah, okay, ein kaputtes Ei kommt zu einem Ei, von diesem Ei, äh, dieses Ei, wo ist der Unterschied zu dem Bein? Ich sehe da keinen Unterschied. Naja, und dann auf jeden Fall, ach, das ist was ich habe, davon zwei, die zwei Eier habe ich, einmal die Eierschale und ich habe zwei solche Disco-Drachen, sage ich jetzt mal. Ah, da habe ich zwei solche Eier, ich habe zwei Disco-Drachen, Onyxia und Pfeffer, wer sind die? Lexi und Kafka, Pegasus Ei, das habe ich neu. Ah, zusammenfüllen, zack, bam, und Stufe drei, machen wir das oder nicht? Ah, sicher machen wir das, zusammenfüllen, boom. Guten Tag, so, Kingston, okay, was macht der jetzt, der Lava-Drache? Nice. äh, wo ist der Drache hin? Schläft er schon wieder? Das kann doch nicht wahr sein. Na gut, dann werde ich Sagen noch was kaufen. Dann haben wir so einen Grüntrachen und Felsentrachen und Grasdrachen. Äh, Grüntrachen haben wir. Oh, da fällt mir nur ein Ei. Ich habe zwei. Eins. Da versteckt es noch eins. So, dann Grüntrache ein. Zack. Bam. Okay. Tochter vom Drachen. Cooler Name. Oh, schön. Okay. Samara ist das. Samara ist. Das ist das. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, nur einen. Na, nur den neuen. Das ist, glaube ich, keine Zeitrunde. So. Bam. Ja. Dann setzen wir den da hin. Und so. Und so. Ah, einer erklappte. Was macht der da hinten? Dann noch zur Arbeit. Achso, weil es gibt es nur eine Blume. Bob. Geht schon? Geht schon? Ah, jetzt. Ah, jetzt geht's weiter. So. 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 Okay, das war's auch schon. Wieder warten. So. So, jetzt könnt ihr beide schön arbeiten. Ah. So, jetzt geht's. Okay. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So. So, jetzt geht's. So, jetzt gehen wir. So, jetzt geht's. Vielen Dank. Reichtum, Bob und Laura. Okay. Wir müssen mal kurz schauen, was die Aufgaben waren. Experte. Ich bin gerade mal ein Anfänger. Guck mal, ich könnte es einfach jetzt die ganze Zeit so weitermachen, bis ich Experte bin. Da brauche ich 6.000 Punkte für. Ich bin gerade mal der hier. Ich bin gerade mal. Das sieht schön aus. Jawohl. Den Laub zur Seite und dann geht es weiter. Okay. Und. Bam. Hm. Ah. Scheiße. Mies. Day. So eine Dreier-Kombo machen. Dann probieren wir es nochmal. Dann probieren wir es nochmal. Fangen wir mit der Zweier-Kombo an. Jetzt gibt es so ein Einer-Kombo. Warte, machen wir das hier so hin. Ein Einer-Kombo. Zweier-Kombo. Zweier-Kombo. Zweier. Knutsch, Knutsch. Einer-Kombo. 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 Und 3er Kombo, bam, 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 wuuuuhhhhhh, mit einer 4er Kombo, 1er Kombo, 1er Kombo, 1er, 2er Kombo war es, genau, ah, ich sag den Knust, naja, ist eh ein Herz da, 1er Kombo, 1er Kombo, 1,3 Boah, das geht aber schnell jetzt hier 1er Kombo, jetzt kommt die 2er, jetzt kommt die 3er Kombo wieder, bam, und 1,2,3er Kombo Dann machen wir schnell noch die 1er, ist immer noch 1er Kombo Oh, ich habe wieder genommen Mir fehlen noch tausend Punkte 1er Kombo Ich muss die, glaube ich, ein bisschen weit auseinander stellen Und die 2er Kombo Handy wegpacken, das nervt ja Ich habe wieder alles ruiniert Ich bin so ein Depp Das kommt schneller 2er Kombo Oh, shit Jetzt geht es doch schneller Okay 3er Kombo wieder 1,2,3 Bam, bam Das kommt dran ig i Okay. Jetzt geht es los, die 4er Combo, da, 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 bam, 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 wiii, Famos, oh, noch 3 stück fehlen, so, und, bam, 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 fertig, ja, komm, oh, nice, so, dann würde ich mal sagen, das war es auch schon für heute, ich muss nur einmal kurz in mein zuhause nachgucken, ich hätte auch drauf drücken können, egal, die Geschenke abholen, da ist das eine Geschenk und das andere ist auch gleich da, ein paar Drachen sind schon wieder in Arbeiten, was ist das? Okay. Na ja, ein paar, ein Drachen ist an der Arbeit, da ist was Neues dazu gekommen, okay, ein Tempel, 250, wie viel darf ich haben? Ähm, ist mal 40, also bringt mir sowieso noch nichts. Ah, das ist ein anderes Haus, da muss ich nochmal zwei Häuser kaufen. Ähm... ... ... Vielen Dank. Und was gibt es da jetzt? Warte mal, kann ich da? Ne, das wird schon. Zweier-Kombo. Okay. Jetzt bin ich fertig für heute. Fertig mit den Neffen. Dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du nochmal ein nächstes Video war. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß. So muss ich hier rausgehen, verlassen. Und das Tick noch abholen. Und wo ist es? Das Tick. Da ist es doch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.